Hallo Leute, mein Name ist Ero Ketchup und herzlich willkommen zu einer ganz kurzen Information von euch. Und zwar heute erstens mal um so 19, 20 Uhr, je nachdem, da kommt dann sowieso ein Video hoch, wird ein Livestream kommen, keine Ahnung, vielleicht so bis 23 Uhr, je nachdem. Mal schauen, wie lange man heute Bock hat auf Medien und so weiter und so fort und anderes. So, aber für was ich dieses Video mache, ist mehr oder weniger was anderes. Erstens mal ein gutes neues Jahr an euch alle und ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ähm, ne, und zwar, ich suche momentan einen Medien2P-Server, ob Amachi oder Root, ist scheißegal. Ähm, hauptsächlich so unpellig scheiß Server, vielleicht noch mit einem Admin, der vielleicht zwischen 10 und 12 Jahre alt ist, denn ich weiß, wie man Admin eigentlich schreibt. Oder wenn ihr natürlich so einen Server kennt, bitte schreibt mich da privat an, ich wäre, ich würde, bläh, geil. Ich wäre, mhm, geil. Ich bin bei jedem Server, der mir das E-Mail schickt, richtig dankbar. Ähm, und ja, also, nur dass ihr es wisst, heute zwischen 19 und 20 Uhr ist ein kleiner Livestream für euch. Ähm, jo, dann haut's dann. Bis später. Bis später. Bis später.